ich habe nicht einen schuss und meiner dual deutsch eben abgegeben ist aber auch einfach kacke ich habe es gerade einfach nur mal eben gemacht einfach um es mal gemacht zu haben aber selbst dual officer finde ich kacke also deutsch auch nicht das habe ich nicht ich bin besser dran mit einer single officer oder mit einer pfennig pistole eine ist auf distanz besser und das andere im nahe kampf besser ob diese mittlere distanz gibt es eigentlich hier ist eine klasse da gibt es eigentlich keinen grund was anderes extra zu haben entweder hast das eine oder das andere du bist du wie text der stärksten sachen die du haben kannst so genau und so viel der mensch kommt doch mal was doch ich muss sagen naja war alles schon mal ausprobiert außer die deutsch jetzt gerade waffen die schnell schießen sind so als du mit ehrlichkeit aber so single shot waffen die geld relativ gut damit schlangen sind in dem moment wo die single shot schießen und ich sowieso langsamer schießen muss der kai auch mit der normalen schießen ja mit der stelle ja aber dafür bin ich dann präzise weil wir sagen ja da muss man ein bisschen glück haben ja wenn ich aber nur eine habe dann brauche ich kein glück kannst doch mit doppel packs brauchst nicht nur den glück du musst halt nur so große irgendwie mit ich verlasse mich lieber auf mein skill das glück lässt mich immerhin im stich ich hab den loki gemacht ich hab ein messer und ein bayonet mit ja dann ab nach locken oder wohl der port rica hier sind viele hunde zähle mindestens sechs als einer mutig so viel stamina hast du nicht um sechs runde mit der bayonet zu kill ja ich weiß deswegen die anderen sind eher da drüben die sind jetzt gar nicht getriggert jetzt kommen sie also hier gut kompakt Das wird nur nie, manche Hey, hier Water levels im Wasser Hunter hinter euch Achtung Hive Lebt noch immer Luki Warum lebt ihr noch? Keine Ahnung Ich habe leider noch keinen gesehen, sonst hätte ich schon mal zurück geschossen Ja, der ist direkt im Bus Achtung, bitte, der ist noch ein bisschen Aua Habe ich beim 25 abgeschossen Einer Push Drücke Tod Auf der Brücke liegt da eine Brücke Ah, mich hat einer geheadshotet Linke Brücke Die große Brücke Die Dachbrücke Also nicht der Damm Okay Verkenntnis genommen Ich habe eine Brücke Ich habe eine Brücke Gekillt Ich habe eine Grüne getötet Ja, dann waren alle einmal down Mich hat ein Mich hat ein Yellow Shirt Ja, das war die schwarze Frau Mit dem gelben Shirt Das habe ich nicht gesehen Das habe ich nicht gesehen Ah, Headshot Nice Die Frau habe ich hier ungefähr gekillt Die Frau habe ich hier ungefähr gekillt Ich habe eine Brücke Ich habe eine Brücke Ich habe eine Brücke Da war einer Da war einer Zu sehen Ich push den Typen mit der Officer hier vorne Komm mit Kannst du mir pingen Wo er genau ist Dann Hier Oh fuck Von der anderen Seite Schießt einer auf mich Pushed Warten Deutschschild Ist tot Jo Fuck Hopper und raus Schießt einer auf euch Ich sehe ihn nicht Ich versuch den Typen zu looten Ich sehe Da Geh mir ein medkit Da Bei den Brüten war Ja Brauchst ein medkit Ich kann nicht hin Ich habe schon Da im Butsch Läuft so auf die Brücke zu Ja ich eben Ich sitze da bei den Busch irgendwo Ich hasse Büsche Ah ich habe ihn gesehen Der Renner hinten weg Dann fällt ja Ein Hit Ich habe keine Sicht auf ihn Er läuft nach ganz hinten weg Äh Hat er zunächst lange umgehabt Ich muss Mosen restocken Nee Officer Carbine Wollen vielleicht stehen dir schon hin Ist hinten In den hinteren Compound rein Ja Also noch in Lockbay Oder im anderen Noch in Lockbay Aber hinten rein Dann gehe ich nicht noch Lockbay Hatchet und Officer Carbine Äh Officer Pair Ist zwei von denen im Team getötet? Einer ist auf jeden Fall hier tot Ich weiß nicht was auf dem Lockbay passiert ist Ich weiß nicht was auf dem Lockbay passiert ist Dann könnten wir den einen anzünden Von dem Ich habe jetzt einen gelootet hier Da habe ich leider Kranfeuer bekommen Ich gehe nach Ich gehe in die Church Ähm Boss ist übrigens Reynard mit Ausgang Also wenn wir da jetzt nicht hinrennen Dann kriegen wir die auch nicht mehr Ich loot den auch mal noch schnell Ne Wenn wir noch rated müssen Ich habe eine Hellfire Hellfire Welcher war das? War das der der Healer? Ja sie kommen Sie pushen Sie pushen Ja der auf Direkt vor dir Genau Auf der Brücke kommt einer Es kommt zu euch Grand Ok ich Ich aime Welche Brücke Äh die Der Damm oder die Brücke? Die hier Ok der Damm Dankeschön Ist schon da Hit Ja dann habe ich jetzt hoffentlich mal Glück Ich weiß nicht wo der zweite ist Ich höre auch nur wenig Ob der ist hier vorne irgendwo direkt Da hinten liegt einer Bitt ist das noch im ersten Team Das ist der erste Team Ok Ich meine der eine Typ brennt ja noch hier Was denn jetzt erstmal ausbrennen Der hier war auf jeden Fall der Typ den ich nach hinten weglaufen sehen habe War auch mein Mörder Ja mein Mörder den hast du gekillt Ich war es halt ein Duo Aber wir haben nie einen Ritten so richtig gesehen Ich meine da war aber noch ein Whiteshot blonde Frau Aber ich bin mir nicht sicher ob ich Da warst du ok die habe ich nicht gesehen Ich bin mir nicht sicher ob es vielleicht er ist Weil er ist ja auch Whiteshot und blond Ich habe noch eine Winfield gehört War das ein Decoy Oder was war der Das war der Das war der Der hat nicht uns Mich und Loki mit einer Winfield Ok Der ist ausgebrannt jetzt Ich habe halt 55 Ich habe 50 HP Der aber Loki liegt halt auf der Straße Ja gut aber Loki Ja stimmt Ich bündel deinen Kopf Ich bin sicher aber ich glaube der Hunter hat eventuell Resilience Check mal hier vorne die Büsche Das sieht man doch nix durch hier Der ist ausgebrannt der wird jetzt wohl kaum noch der Typ kommen der weiß dass du alleine bist Und der Typ wird dann kaum sein Team jetzt ausbinden lassen für deine Chance hätte ich zu pushen Oder der sitzt hier direkt hier hinter und hat eine shotgun Ich probiere erstmal dich aufzuheben weil du bist safer Ok Ja ich kam dann erstmal im Ecken Oh 75 Es tut mir leid aber ich würde gerne danach eher raus gehen Wir kriegen die sowieso nicht die gehen jetzt raus ist ja keiner mehr da Ok gut 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 Es können noch ein Solo sein oder halt der eine von dem Team hier noch Oder lass Soll ich mit dem Devon gehen Winfield Camiside Moon hat der gehabt hier Winfield Camiside Moon hat der gehabt hier Das hat er gekillt das war der hier oder Zwei liegen da vorne der eine der ausgebrannt ist und der eine der direkt daneben liegt Ok das war der der noch mit der Dann gehen wir schnell raus wir haben noch 5 looten Ja wir gehen die hier noch looten und dann gehen wir raus Martini Chain Pistol Die hab ich einmal gelootet Ok die hab ich auch schon gelootet Ja die hab ich auch schon gelootet Dann liegt hier noch eine Mosin Bayonet und Officer Und dann der dude da vorne noch Officer Carbine und Pistol Conversion Pair Das ist ein lustiges Level Ok let's go Geh mal bei Blanchett raus Blanchett? Ja Man kann natürlich sein dass der Die dreimal den gleichen Skin hatten und der eine ist hier weggelaufen Den wir gesehen hatten und der rennt jetzt hier noch irgendwo rum Würde ich jetzt nicht drauf wetten aber Wir spielen ja Hand Showdown Wir müssen uns beeilen wir haben nur noch 2 Minuten 30 Wir müssen uns beeilen wir haben nur noch 2 Minuten 30 Nix mehr mit Farmen einfach durchsprinten sonst kommen wir nicht raus Ja ja tak ja aufm Weg bitte Headshots verteilen wenns geht Wenn net dann net Ja Headshot im laufen Wie war das noch mit dem Messer läuft man schneller ne? Everybody knows he'll run faster with a knife Das ist geil Oh ein PUBG der kannst doch mit Fäusten schiller laufen Warum läuft ihr da noch zum Wagen? Keine Zeit mehr Leute Äh der liegt doch aufm Weg Ne der Wagen ist hier rechts bei mir Da hinten Wir haben noch 1 Minute 15 Komm schon Wir sind 1 Minute locker da Ich loot den scheiß Wagen nicht sowieso nix Bringt sowieso nix Wir sind auch nur in die Richtung einfach gelaufen Weil wir den Wagen interessant fanden Achso Interessanter Wagen Verstehe Ihr könnt jetzt sogar noch 59 Sekunden warten Wir sind jetzt doch den Dr. Ich bin hier Wir sind bei mir Wir sind Und jetzt? Wir sind in der